Glück auf Schalke und herzlich willkommen auf Schalke Insight zu den aktuellen S04 News. Gestern haben wir gegen Kreuter führt Unentschieden gespielt und somit müssen wir natürlich jetzt an diesem Samstag nochmal über all die Themen rund um das Spiel reden. Ihr hört schon an meiner Stimme, die ist noch ein bisschen angekratzt vom Heimspiel, denn ich nehme das Video auch gerade von der Nacht von Freitag auf Samstag auf. Also nicht wundern, wenn die Stimme noch ein bisschen angeschlagen ist, sollte aber hoffentlich nicht wirklich stören. Also wir sprechen über das Spiel als solches und natürlich auch als Recht blicken wir auf die Stimme nach dem Spiel, vor allem auch bezüglich Derby John Merkin und seinem Platzarweis, aber vor allem auch Tobias Moor und seinem Patzer. Aber wir blicken auch nochmal auf Keke Top und vor allem auch den Stimmungsboykott, den es ja eigentlich hätte geben sollen, aber wo sich Schalke ja nicht dran gehalten hat oder wo Schalke einfach nicht dran teilnehmen wollte. Alles und mehr haben wir somit hier und heute bei den aktuellen S04 News. Legen wir erstmal los mit dem generellen Blick zurück auf das gestrige Spiel gegen die Spielvereinigung aus Fürth, wo man es sicherlich im Vorhinein erwarten konnte. Da kommt auf jeden Fall ein richtig guter Gegner auf uns zu, eine individuell stärkere Mannschaft als Osnabrück oder vielleicht noch Rostock. Und im Vorhinein hätten sicherlich viele von uns auch gesagt, ja Unentschieden wäre vielleicht ein ganz gutes Ergebnis. Jetzt im Nachhinein finde ich, kann man schon sagen, dass wir nur Unentschieden gespielt haben gegen Fürth, denn es war von meinem Gefühl her auf jeden Fall mehr drin. Wir sind zweimal in Führung gegangen, haben zweimal eine Führung verspielt und das auch auf relativ unnötige Art und Weise und hatten ja dann auch noch einen Platzverweis mit dabei. Und das war halt dann ein Spiel, wo gefühlt schon mehr drin gewesen ist. Karel Gerrerts hat sich dazu auch noch einmal geäußert und durchaus beschrieben, wie unterschiedlich eben auch die Halbzeiten waren und dass man vor allem auch aus der ersten Halbzeit mehr machen können. Wir haben heute zwei unterschiedliche Halbzeiten gesehen. Mein Team hat in der ersten Halbzeit gut gespielt. Damit war ich sehr zufrieden. Wir waren aggressiv gegen den Ball und haben die Räume zugemacht. Das 1 zu 0 ist zu einem guten Zeitpunkt gefallen. Leider haben wir es in der ersten Halbzeit verpasst, den zweiten Treffer nachzulegen. Dann wäre es ein anderes Spiel geworden. Die zweite Halbzeit war anders. Beide Mannschaften hatten lange Zeit nur wenige Chancen. Unser Treffer zum 2 zu 1 etwas aus dem Nichts gefallen. Beim 2 zu 2 machen wir einen individuellen Fehler. In Unterzahl war es dann schwierig, noch auf das 3 zu 2 zu gehen. Auf die Leistung in der ersten Halbzeit und den Kampf über 90 Minuten bin ich stolz. Und einer, der natürlich auch was damit zu tun hatte, dass das 2 zu 0 nicht gefallen ist, war ja unser Kapitän Simon Terodde, der die Riesenchance hat und auch der hat sich nach dem Spiel geäußert. Nach dem 2 zu 1 haben wir die Führung zu leichtfertig weggegeben. Wir haben alles hineingeworfen und natürlich hätten wir vor der Pause gerne nochmal gewonnen. Wenn man das gesamte Spiel nimmt, war es ein gerechtes Ergebnis. Vor allem in der ersten Halbzeit haben wir ein gutes Spiel gemacht. Auch ich hatte eine Riesenchance, als Kenan sehr gut für mich rüberlegt. Da gibt es keine Ausreden. Den muss ich machen. Das tut ein bisschen weh. Lino Tempelmann wurde ja nachher noch eingewechselt und auch er hat sich nochmal zum Spiel geäußert. Wenn du zweimal in Führung gehst, das Spiel aber nicht gewinnst, dann ist das natürlich so, dass du direkt nach dem Abpfiff nicht zufrieden bist. In den letzten Spielen haben wir aber gezeigt, was wir können. Es wurde viel darüber gesprochen, dass Qualität vorhanden ist. Diese müssen wir Woche für Woche abrufen. Ich bin guter Dinge, dass uns das in der Rückrunde häufiger gelingen wird. Und das hoffe ich auf jeden Fall auch. Jetzt ist ja erstmal Pause und dann hoffe ich auf jeden Fall, dass wir gut in die Rückrunde reinkommen werden. Und einer wird uns ja im ersten Spiel der Rückrunde auf jeden Fall fehlen gegen den Hamburger SV. Und das ist unser Linksverteidiger Derry John Merkin. Es war ja schon vor dem Spiel klar, dass wir einige gelb vorbelastete Spieler im Kader haben. Und Merkin gehörte dazu. Er hatte vier gelbe Karten und hat ja dann schon während der ersten Halbzeit, war es glaube ich, die fünfte gelbe Karte bekommen. Wodurch ja klar war, okay, er wird auf jeden Fall gegen den HSV fehlen. Und dann gab es ja kurz vor Schluss noch die Szene mit der gelb-roten Karte. Wodurch ja halt auch genauso fehlen wird, als wenn er jetzt nur eine gelbe bekommen hätte. Und mit der war Merkin auf jeden Fall nicht einverstanden. Ich habe ihn nicht wirklich gefoult. Mein Gegenspieler ist gefallen. Klar, es war schlau von ihm und dumm von mir. Insgesamt bin ich wirklich enttäuscht. Ich habe dem Schiedsrichter gesagt, dass er einen Fehler gemacht hat. Er war leider anderer Meinung. Man kann es nicht ändern. Also Merkin hat hier auf jeden Fall nach dem Spiel nochmal klar gemacht, dass für ihn das eine klare Fehlentscheidung war. Ich fand jetzt auch im Nachhinein nochmal mit den TV-Bildern, die ich dazu gesehen habe, war es halt ein Faulspiel, wo eine gelb-rote Karte in Ordnung geht. Also wäre es auf der anderen Seite so gewesen, hätten wir ein solches Faulspiel durch eben Cleverness gezogen, wie es Brandimir Rogota getan hat. Dann hätten auch wir alle gesagt, logische gelb-rote Karte. Und deswegen finde ich, war es vom Schiri nicht die falsche Entscheidung. Ich weiß, dass sehr viel über den Schiri diskutiert worden ist. Ich fand, er hatte eine strenge Linie. Deswegen gab es ja auch für uns vor allem noch viele gelbe Karten. Aber die Linie hat auch durchaus auf beiden Seiten durchgezogen. Also da würde ich jetzt keine gewisse Schuld irgendwie suchen. Am Ende ist es auch relativ wurscht gewesen. Denn noch einmal, Debbie John Merkin hätte so oder so gegen den HSV gefehlt. Er fehlt nicht aufgrund seiner gelb-roten Karte. Nein, er fehlt aufgrund der ersten gelben Karte, die er gestern gegen Fürth bekommen hat. Und das Strafmaß ist auch bei beiden Karten sozusagen gleich. Er wird uns ein Spiel fehlen. Was natürlich das Bittere war, durch die gelb-rote Karte. Da hatten wir dann eine Unterzahl von ungefähr 10-15 Minuten. Wodurch du halt nicht nochmal so richtig Risiko gegeben konntest, aufs dritte Tor zu gehen. Das war natürlich dann das Problem für das gestrige Spiel. Aber jetzt für das HSV-Spiel hätte Merkin so oder so gefehlt. Und ich kann ihn auf jeden Fall durchaus verstehen, dass er mit der Schiri-Entscheidung nicht zufrieden ist. Als Verteidiger hat man das natürlich auch nicht gerne, dass ein Stürmer dann so schnell fällt. Und man dafür eine gelbe Karte bekommt. Aber noch einmal, stellt euch vor, es wäre andersrum gewesen. Und wir hätten mit unserem Angreifer, zum Beispiel mit Tirodde, hätte er in seinen Körperklemmer reingestellt, in ein V-Spiel gezogen. Es hätte Gelb-Rot gegeben. Da hätten auch wir alle gesagt, jo, vollkommen logisch. Das ist halt eben dann ein Foul. Und somit wird uns Merkin unabhängig der gelb-roten Karte auf jeden Fall dann gegen den HSV fehlen. Und dann gab es ja gestern noch einen weiteren Spieler, der durchaus im Fokus stand. Und das, ja, im negativen Sinne. Und das war Tobias Moor. Es war ja eigentlich ein Spiel, wo er auch generell nicht ganz so gut drin war. Auch nach vorne ging bei Tobias Moor nicht ganz so viel auf. Jetzt mal nicht ganz gute Flanken drin gewesen wie in den vergangenen Partien. Und deswegen war er nach dem Abpfiff auch sehr geknickt. Die Watts hat nämlich hier nochmal berichtet, dass er auch nach dem Spiel in die Max-Zone jetzt nicht irgendwie bereit war, Fragen zu beantworten. Und dann einfach im Verständnis gebeten, dass er diesmal einfach nichts sagen möchte. Denn sonst ist ja Tobias Moor schon ein Spieler, der sich auch den Medien stellt und bereit ist, auf Frage und Antwort zu stehen. Aber gestern war das eben nicht der Fall und das auch durchaus verständlich. Denn Tobias Moor, der war auf jeden Fall ordentlich geknickt. Wir gingen ja mit 2 zu 1 in Führung durch Kenan Karaman. Gefühlt hatte man dann auf jeden Fall im Kopf, jawohl, jetzt ziehen wir das Ding, jetzt holen wir uns. Trotz nachher nicht ganz so guten zweiten Hälften, die drei Punkte. Ja und dann gab es die Abwehraktion von Ralf Fährmann. Tobias Moor muss den Ball eigentlich nur weckern aus dem Strafraum. Überlegt so lange, geht nicht wirklich hin. Simon Aster schnappt sich die Google, kloppt das Ding da rein. Und wir kassieren vollkommen unnötigerweise das 2 zu 2. Tobias Moor musste ja schon auf dem Platz getröstet werden von seinen Mitspielern und natürlich direkt gewusst, was das für ein Patzer war. Und es gab auch direkt ein kurzes Gespräch mit Karel Gerrads und der hat gegenüber der WAZ nochmal Folgendes dazu gesagt. Er hat mir gesagt, sorry, das war mein Fehler. Ich habe geantwortet, kein Problem, dafür sind wir ein Team. Wir stehen zusammen, danach habe ich ihn aber alleine gelassen. Er wird sicher 2-3 Tage benötigen, um das zu vergessen. Das Leben geht aber weiter. Er wird nicht der letzte Spieler im Fußball sein, dem ein Fehler passiert. Und trotzdem war das natürlich gestern unglaublich bitter, denn ich glaube, wäre das nicht passiert, hätten wir es schon geschafft, den Vorsprung möglicherweise über die Zeit zu bringen. Klar, ist nur reine Spekulation, aber natürlich ist das für Moor erst recht bitter gelaufen und es ist natürlich auch ein Fehler gewesen, der ihm so in der Art und Weise nicht passieren darf. Also du weißt einfach, oder finde ich zumindest mal, dass du im Strafraum kaum Zeit hast oder eigentlich gar keine Zeit hast, Entscheidungen zu treffen. Da muss viel auch aus dem Instinkt heraus passieren. Du hast nicht viel Zeit, dann irgendwie zu überlegen, was mache ich vielleicht am ehesten und welche Optionen gibt es. Bei so einer Aktion muss eigentlich jeder Spieler den Ball einfach nur rauskloppen wollen. Da muss man auch nicht geordnet aufbauen oder Kurzpaßspiel wählen oder sonst was. Einfach nur rausschlagen das Ding und dann ist es erstmal gut bei so einer brenzligen Situation. Und das hätte man natürlich hinkriegen müssen. Gerrits hat sich aber auch nochmal bezüglich Moor und eben auch der Mannschaft geäußert und das war eben auch für ihn durchaus wichtig. Tobi gibt alles für die Mannschaft, jeden Tag. Das ist, was ich mag. Seit ich gekommen bin, wächst die Mannschaft von Woche zu Woche mehr zusammen. Das ist eine große Leistung. Und somit hat sich also Tobias Moor bei Karel Gerrits direkt dafür entschuldigt, für seinen Patzer. Ja gut, nach dem Spiel kann man jetzt auch nur noch dazu sagen, blöd gelaufen, wird hoffentlich dann nicht nochmal passieren. Natürlich sehr bitter für Tobias Moor. Ein anderer Spieler hatte aber natürlich dahingehend einen deutlich positiveren Abend. Klar, das Ergebnis war auch für Keke Top gleich, aber er hat wiederum positiv Schlagzeilen geschrieben und das mit seinem ersten Profitor. Ich fand, das hat sich Keke Top vollkommen verdient durch gute Joker-Einsätze in den Vorwochen. Es war ja sein zweiter Startelf-Einsatz in der 2. Liga-Saison. Der 1. war ja unter Thomas Reis gegen Kiel als irgendwie komischer Flügelspieler. Heute als, oder gestern als zweite Spitze neben Simon Terodde und Keke Top war nach Abpfiff überglücklich. Ja, über sein erstes Tor. Er hat doch gegenüber Schalke nochmal klar gesagt, über sein erstes Tor ganz kurz und knapp. Unglaublich, unbeschreiblich, kann man nicht in Worte beschreiben. Und das ist natürlich auf jeden Fall schön, dass ein solch junger Spieler mit seinen 19 Jahren jetzt auch sein erstes Profitor geschossen hat. Denn ich glaube, darauf hat er auch ein bisschen gewartet. Beim Jubel hat er nämlich auch alles rausgelassen und hat er gegenüber von Sky nochmal erklärt. Und ich fand, es war auf jeden Fall Zeit, dass Keke Top jetzt auch endlich sein erstes Tor erzielt hat. Das wird ihm natürlich gut tun. Und trotzdem war Keke Top am Ende aber doch enttäuscht, dass man eben nicht gewonnen hat. Das war schon enttäuschend. Wir haben zwar alles gegeben, aber natürlich sind wir enttäuscht, weil wir mehr hätten mitnehmen können. Und ganz interessant, Keke Top hat sich dann auch nochmal gegenüber dem Kicker geäußert über sein Verhältnis zu Simon Tirodde. Beide haben ja im Sturmzentrum zusammengespielt. Es gibt immer wieder so ein bisschen die Witzelei darüber, dass der Keke Top aufgrund seines Aussehens, seiner Position, der Sohn sein könnte von Tirodde, wird immer so ein bisschen drüber gewitzelt. Und die beiden haben tatsächlich ein sehr gutes Verhältnis. Wir verstehen uns privat sehr, sehr gut. Wir beide wissen, was wir machen müssen, weil wir uns einfach sehr ähnlich sind. Er ist natürlich viel cleverer und viel besser noch, aber dadurch kann ich mich gut darauf einstellen und weiß, was ich zu tun habe. Aber er auch. Und ich fand, obwohl Keke Top und Simon Tirodde durchaus ähnliche Stürmertypen sind, haben sie sich auch gegen Fürth gut ergänzt, weil eben auch Keke Top einer ist, der auch mal gerne Bälle festmacht, auch gerne mal Bälle verteilt, auch durchaus in die Tiefe geht. Und das fand ich, war auf jeden Fall gut und hat Spaß gemacht. Und ich hoffe, dass für Keke Top jetzt auf jeden Fall auch genau so weitergehen wird. Und dann war ja gestern noch das Thema mit dem Stimmungsboykott aufgrund der DFL-Investorenentscheidung. Anfang letzter Woche oder Anfang der aktuellen Woche besser gesagt, sorry, ist es gerade halb eins Nacht, deswegen sorry, wenn ich ein paar Wörter durcheinander bringe, gab es ja die Entscheidung der DFL zusammen mit den 36 Profi-Clubs, dass man sich öffnet für Investoren. Und deswegen hat ja die Fanszenen in Deutschland sich dazu entschieden, einen Stimmungsboykott zu vollziehen. Und das wurde folgendermaßen begründet. Wir sind nicht bereit, dem Ausverkauf des deutschen Fußballs tatenlos zuzusehen. Um zu verdeutlichen, dass der vielbeschworene 12. Mann bundesweit nicht bereit ist, als Teil der Verhandlungsmasse des DFL-Deals mit dubiosen Investoren herzuhalten, werden wir zwölf Minuten schweigen. Hieß es ja am Freitag von mehreren Fangruppen in einer Stellungnahme der Fanszene Deutschland, die auch in den sozialen Medien verbreitet wurde. So viel war also vor dem Anpfiff klar. Und dann ist aber auf Schalke das passiert, was relativ normal ist für Schalke. Es wurde Stimmung gemacht, die Mannschaft wurde angefeuert und es gab keinen Stimmungsboykott. Und das war durchaus überraschend. Denn auch zum Beispiel Greuther Fürth hatte es getan. Auch da blieb man zwölf Minuten still. Und dann ging es eben da los mit Unterstützung für die Mannschaft. Und zudem gab es ja auch bei der Spielvereinigung Plakate mit Nein gegen den Investoren-Deal und dass man das auf jeden Fall nicht möchte. Und bei Schalke gab es weder Plakate noch diesen Stimmungsboykott. Und ich glaube, das hat schon einige Fans, die zumindest in dem Thema drin sind und das Thema verfolgt haben, überrascht. Und mich auch. Aber man muss eben auch dazu sagen, beispielsweise letztes Wochenende hatten ja auch viele Vereine Plakate mit dabei. Auch das hat der Schalke nicht gemacht. Und da ist natürlich dann schon interessant, dass normalerweise jetzt vielleicht auch während dem Wochenende das viele Fans sehen machen. Und Schalke warum auch immer nicht. Denn ich finde schon, dass dieser TV-Deal oder nicht TV, der DFL-Deal mit möglichen Investoren schon kritisch zu sehen ist. Aber Schalke hat sich jetzt hier rein Stimmungsboykott technisch erstmal rausgehalten aus der Geschichte. Und somit sind das also die aktuellen S04-News des Tages. Ich hoffe, es ging von meiner Stimme her trotzdem halbwegs zum Zuhören. Checkt gerne auch mal Schalke Inside Clips. Da habe ich nochmal mehr über meine eigene Meinung gesprochen zum Spiel. Zudem gab es natürlich auch einen Stadion-Blog gestern bereits von mir. Also schaut dort mal gerne rein. Und dann sehen wir uns auch hier im nächsten Video wieder. Macht es gut, ciao. Und Glück auf an alle Schalker.